Mein Name ist Sarah Puccio. Also ich bin jetzt das dritte Mal dabei und ja, ich bin immer wieder positiv überrascht, wie viel los ist und ja, wie schön auch das Miteinander ist und der Austausch untereinander und natürlich auch die wahnsinnig schönen Bilder. Also man weiß am Anfang immer gar nicht erst, wo man hinschauen soll. Wirklich sehr, sehr schön. Ich habe heute eine Landschaftsaufnahme dabei, eine Winterlandschaft mit dem Titel Stille. Die ist aufgenommen in Bayern, in der Nähe von München. Fand ich passend noch zum März, habe ich gedacht, noch so ein Winterbild bietet sich an. Tatsächlich haben sich schon sehr schöne Freundschaften hier ergeben im letzten Jahr. Auch durch Zufall einfach zwei Fotografen getroffen, die hier ausgestellt haben und ja, haben sich mittlerweile Freundschaften draus ergeben und wir gehen ganz viel gemeinsam los, gehen gemeinsam fotografieren. Also sehr, sehr schön. Meine nächsten Pläne sind auf jeden Fall in zwei Wochen bin ich in Frankfurt nochmal mit dabei. Je nachdem, wenn es die Zeit zulässt, bin ich gerne im Juli in München nochmal mit dabei. Da muss ich aber tatsächlich noch schauen.